Kunst der Götter, jetzt müssen wir das Schwert verkaufen. Einfach wird es nicht. Wer hat schon so viel Geld? Und wer will schon Krach erzürnen? Zum Glück kennt mein Bruder Irr... Oh Gott, Irrjan, einen Kaufer namens Gimre, der immer Abnehmer für solche Gebrauchtware findet. Sie werden sich im alten Fjord bei Vierestal treffen. Vielleicht schließen sie einen Handel mit Lugos? Er hat ja Gold für Heu und kein bisschen Angst vor Kraid. Du sei gegrüßt, alter Tickebox. Das ist weh noch. Ha ja. Zehn Diebe bei einem alten Fjord. Wo ist das alte Fjord? Ist das in der Nähe? Ich glaube nicht, dass das in der Nähe ist. Ist da unten irgendwo... Ach nö, ich muss... Ich muss doch woanders hin. Ich will nicht mit... Ehrlich, ich will mit ihm hier nichts zu tun haben. Ich will zum Mäusesack jetzt. Mäusesack ist ja hier in der Nähe irgendwo. So. Heute Hü, komm, wir müssen los. Wir müssen jetzt zum Mäusesack. Wie soll ich diesen Menschen ernst nehmen, wenn der Mäusesacker ist? Und weh, der sackt mir ab. Dann hab ich dir die ganze Schnulli umsonst gemacht. Ach. Aber wahrscheinlich musst du einfach zu den Läufen hinlatschen, um sie zu fragen, damit du entweder ein Ja oder Nein kriegst. Ja, ist gut, Freunde. Ich mach schon. Ich geh schon woanders hin. Alles wird gut. Alter, die sind ganz schnell abhängig. Jetzt sind sie weg. Superbe. So, Mäusesack. Wo ist er? Hier oben ist er. Alle. Hopps. Äh. Jetzt. Was? Äh. Was? Wie komm ich da hin? Kein Scheiß machen, Gerhard. Wirklich. Ah. Was möchtest du, Freund? One of us, Agil, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said, strong emotions and experiences can restore speech. So, I thought, perhaps you might... I'll pay you, of course. Give you an excellent Gwent card. Okay. Schock-Therapie. Äh. Ähm. Hallo? Gwent Blade. Ja, ich bin Gwent Blade. Aber ich suche nach, ähm, einer Höhle, wo so ein Typ drin ist. Aber, der irgendwie hier so unter mir, theoretisch, ist. Ah. Wie kommst du da hin? Wir sind frei. Oh, nein. Oh, nein. Freunde. Meine Schneehase. Wer wistet mich da an? Ich werde erst mal hier unten mir den Wegpunkt holen. Und dann gucken. Das muss doch hier irgendwo sein. Ich meine, die habe ich... Oh, Gott. Willkommen in den Spanien. Was machst du? Nein, halt stopp. So, der kann sich bestimmt Zeug antreten, ne? Ich meine, es gibt hier einige Sachen, die ich definitiv, die ich mehr brauche, nehme ich an. Irgendwie komische Bücher, die... Was wollen wir denn? Ja, weg mir die Bescheid irgendwie. Da hat die Kitty wieder eingepackt, ohne nachzudenken. Hm. Hm, hm, hm. Sortieren. Schön. Sortieren. Ja. Das soll ich bis da, aber das andere nicht, oder was? Hier gibt es Sachen. Oh. Das mühlt mir halt mein ganzes Inventar zu, ne? Das ist halt so gerade das Problem. Ich weiß nicht, ich brauche die ganze Scheißruhe nicht. Zumindest jetzt... Ach, der Händler hat nicht genug Geld. Das ist ja... Blöd jetzt. Ach, der Sturm, das war was, was ich verdrängt hatte. Die Leute haben ja kein Geld. Eventuell hilft mir ja, das... Schieb. Was textest du mich zu? Ah, hier! Das sieht vielversprechend aus. Oder doch. Guten Tag. Yes. Vielleicht deine Partie gewinnen. Selbstverständlich. Hallo. Ich habe Triss noch. Ich brauche mir mal Triss noch ins Deck rein. Da kann ich vielleicht irgendwelche kleineren Karten rausschmeißen. Hier die zum Beispiel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber manchmal retten die einen halt doch irgendwie noch ein Po, ne? Das ist es halt. So, ich denke, ich kann versuchen es mal. Ich beginne. Ach, ich brauche nicht zwei davon. Oh, hör doch auf. Was habe ich denn für Karten? Ich habe ganz viele Nahkämpfer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir lassen es mal so. Wir versuchen es einfach, ich meine, hey, wenn wir nichts zu verlieren. Was hat er eigentlich? Oh, er hat ein Monster. Aber warum? Warum hat er ein Monster? Warum hat er ein Monster? Ich bin am Zug auch hier. Ja, er packt seine Kombos. Also es geht los, Freunde. Es geht los. Was lohnt nicht? Die haben zwei Punkte. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Na komm, wir jetzt ab nach vorne. Du dämmische Stück Kacke, ehrlich. Okay, es wird Zeit hier. Es tut mir leid, Wes. Du dämmische Stück Kacke, ehrlich. Er kann es nicht lassen, ne? Er tut es immer wieder. Hör doch auf. Ach. Ich versuch's. Hoffen wir einfach, er hat nur noch Kacke auf der Hand. Macht nix, er hat keine Kacke mehr. Er hat keine Kacke mehr. Nichts Gescheites zumindest. Na komm, hopp. Ha, was bringt dir das gar nix? Hier, ins Gesicht, Junge. Gegner hat gepasst, ja, ja. Oh, vielleicht hätte ich die andere Karten nehmen sollen. Komm, Trix, mach mich stolz. Was war das? Warte mal. Traum-Extrem. Ist das für Fernkämpfer? Ich glaub, steck alle auf Fernkämpfer ein. Ach, für die fern. Macht nix. Was macht ihr für'n Scheiß? Ach, hör auf. Ja, das war's. Ich hab nix mehr, Freund. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Hör auf. Stop it. Oh, es ist unentschieden. Ha, ha. Fuck. Okay, komm. Ich will deine Karte haben. Ich will deine Karte haben. Stärkste Karte auf dem Spiel kommt weg. Ja, ich hab kein gutes Deck. Macht aber erstmal nicht so viel grad. No, im Moment ist alles entspannt. Okay, okay. Hm-hm. Hör doch auf mit deinen dicken Karten. Mhm, 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 okay, ich passe. Ich finde, es ist ein gutes Spiel, das macht Bock, das macht so Bock. So, na dann, ähm, packe ich erstmal hier unseren Soul-Turm hier hin und dann gucken wir mal, was er so schönes macht. Toll, superb. Das müsste Kira sein, ne? Ja, Kira. Oh, es geht los. Wir haben nur Pesch grad. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich die Karte mach, ob er mir meine Triss weg macht, das wär scheiße. Ähm, ne, hier, komm. Ich werd's, ich werd's mal riskieren, ich kann eh nix mehr spielen grad. Nix sinnvolles zumindest. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja klar, die werden nicht beeinträchtigt von gar nichts. Uh, es ist gut. Kann ich den zurückholen? Ich kann den nicht zurückholen. I don't like it. Schon wieder unentschieden grad. Ich weiß nicht, was er für eine Karte hat. Aber er kriegt keine Karte, aber es bleibt jemand von ihnen liegen. Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ja, okay, das stört mich nicht. Unentschieden. Ich leck mich am Pops an, ich leck mich am Poppes. Na komm, schmeiß ihn. Was ist denn los hier? Ich bin nur unentschieden gegen diesen Typen. Komm, jetzt aber. Nein. Ähm. Ach, komm weg damit. Okay, 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 okay. I see, I see, I see. Ähm. Flanken wir erstmal. Die gute Tante hin. Hm, 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 hm. Ja, 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 ich glaub auch er weg, ne? Ja, okay, es geht los, okay. Ich hab nix, um einen Nahkämpfer zu machen. Ah, das ist scheiße. Dann ist Kaka grad. Warum hat der Sol drin? Neben den Monstern? Ehrlich? Okay. Hm. Ach. Ich ahne, was er getan hat. Hätte jetzt wieder Kaka gekriegt. Der Homo. Du passt. Okay. Ich hab auch Sulten. Knatsch. Hm. Es geht schon mal los mit den 50.000 Karten hier. Ja, super. Ich bin am Zug. Ich tue meine Triss nach vorne. Gucken, was er jetzt noch so macht, ne? Ja, jetzt packt er die Dings aus. Das war so klar. Na gut, na gut, kriegen wir hin. Ja. Ja. Müssen wir jetzt durch. Ich brauch ne dicke Karte, bitte. Komm, wir sind hier auch nach vorne. Hm. Scheiße. Okay, okay. Touché, touché. Ich frage mich immer, inwieweit lohnt es sich, bis in die nächste Runde zu warten, ne? Weil der hat nur Nahkampf. Es ist für den Pops. Ja, selbstverständlich. Komm, gib mir mal den Sulten zurück. Das war so, wie ist das Angelegen. Okay. Ich sage dir.